Vorne Pascal, die ganze Weile nix, Exodus A, Albrecht, mit dem getümmeltes Frederic. Ja, das getümmelt wie immer, ja. Von rechts ist keiner gestartet. Pascal macht das gut, das hat sich an die Spitze. Ja, mal wieder Getränke, dann wollen wir die Klasse machen, ne? Die Klasse ist Frederic im freien Wind. Erste Maleetonne. Pascal ist in Pieterf der Ferse. Dahinter kommt Albrecht, aus dem ausgeborenen Genua. So. So. Mal gucken, wie er den Tonnen im Hintergrund ist. Muss nochmal heißen. Ja. Etwas kalt, etwas kalt. Dann kommt auch der Kobold schon. Einhand und der Spie, auch mal nett zu sehen. Und der Pit-Umitonne. Super Manöverklasse. Zweiter war Pascal anscheinend. So. Kommt Pascal, zack, das Necke, Horschpupp. Ja, zieh ordentlich dicht, gut. Dahinter kommt Albrecht. Und hier kommt auch schon Bodo, wie es aussieht. Runde. Zweite Runde. Bitte schon eine Ablauftonne vorbei. Er hat den Gena gesetzt. Da steht er schon. Hier kommt Albrecht links. In der Mitte Pascal. Und dahinter das ganze Feld. Start. Pascal ist erster über die Linie. Vorberechtig hängt er da Albrecht. Komm, wenden. Pascal zieht weg. So, Frederik wendet auch. Genau. So kommt er gut in die Winfellung. Und wo ist ein Pascal? Pascal ist hier schon weg. Landlose. Sehr gut, Pascal. Ja, Frederik kommt jetzt auch an den guten Wind. Super. Frederik, das machst du gut. Albrecht ist hinten ins Loch gefahren. Und das Wild getümmelt an der Startlinie noch. Die sind noch nicht drüber. Die sind auch noch sehr weit weg, sehr weit weg, sehr weit weg. Die blaue Truhe ganz hinten. Vorne Pascal ist schon gewendet. Da hinten sind Frederik, gefolgt von Albrecht, von Kitt und Navajo. Da hinten bin ich nicht mehr weg. Da hinten bin ich ja noch weg. Aber noch, hier ist der Herr. Da hinten ist noch nicht mehr weg. Die schenke, die sich schon an den Westen, da hinten ist noch ähnelt. Dieii sind noch nicht zu begrüßen und noch nicht. Das sind die Schlange. Untertitelung des ZDF, 2020